Nur so lesen über 90% Ihre Schlagzeile. Kennen Sie das wichtigste Instrument in der schriftlichen Werbung? Es ist die Schlagzeile. Und doch machen gerade hier meistens Werbetreibende die größten Fehler. Dabei ist es gar nicht so schwer, die richtige Überschrift für Ihre Werbetexte zu finden. Ich habe mich lange gequält, bis ich den Dreh raus hatte, wie man aufmerksamkeitsstarke Schlagzeilen für seine Werbetexte schreibt. Wie man das hinbekommt, habe ich mir von der Bild-Zeitung ebenso abgeguckt wie von Werbebriefen, Newsletter und Internetseilen. Überall habe ich mich schlau gemacht, wie ich Profi-Überschriften schreiben muss. Woran merken Sie überhaupt, ob Ihre Schlagzeilen in Schwarze trifft? Das ist Ihre Überschrift, also dazu animiert, den eigentlichen Text zu lesen. Das erste ist die Klickrate, die zeigt, wie oft Ihr Newsletter oder Ihre Werbung gelesen wird. Weitere Indikatoren sind die steigenden Verkäufe, die eine erstklassige Überschrift in Ihrer Werbung auslöst. So einfach ist das. Nur, wie schaffen Sie das, ohne zu großen Zeitaufwand? Dieses Geheimnis verrate ich Ihnen in meinem Ratgeber, auf die richtige Schlagzeile kommt es an. Dieses Buch zeigt Ihnen, wo und wie Sie Ideen entwickeln, um treffsichere Überschriften aufs Papier oder in die Textverarbeitung zu bekommen. Ich belasse es nie bei einer rein theoretischen Beschreibung. Nein, ich zeige Ihnen ganz praktisch, wie Sie vorgehen müssen, damit Sie Schlagzeilen texten, die sich in Euro und Cent positiv bemerkbar machen. Sobald Sie die Techniken aus meinem Ratgeber anwenden, werden Sie selber wirkungsvolle Schlagzeilen für Ihre Werbung aufsetzen können, die fast schon wie Magie wirken. Mehr noch, Sie bekommen von mir 3000 schon vorformulierte Überschriften mitgeliefert. Sie müssen sie nur auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Und ich enthülle auf diesen Seiten ein weiteres kapitales Geheimnis. Lassen Sie sich zeigen, wie Sie in Minuten schneller die Idee für die richtige Schlagzeile haben, die Sie auf Ihr Angebot anwenden können. Und wenn Sie diese Methoden beherzigen und einsetzen, dann verspreche ich Ihnen, 90% Ihrer Leser werden so neugierig, dass Sie nicht anders können, als den weiteren Werbetext interessiert zu lesen. Jammern Sie jetzt nicht mehr, dass Ihr Geschäft nicht läuft. Nutzen Sie lieber meinen Ratgeber, auf die richtige Schlagzeile kommt es an. Dann werden Ihre Umsätze drastisch steigen. Denn die richtige Schlagzeile ist so wie der Schlag eines Werbetrommlers. Sie erweckt Aufmerksamkeit und ist quasi nicht zu überhören. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsunline.de oder bei YouTube hier unten drunter unter dem Video den Link nutzen. Machen Sie es gut, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Grademacher. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.